wobei ich habe vorher ich muss noch mal ich habe auch gerade mal 60 crocs am und ich glaube das ist jetzt mal 50 schreien wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe springform soll ich jetzt eine torte backen oder was ok ziemlich steile rampe schalter ah i see i see okay warte okay it's coming it's coming it's coming it's coming oh so ach so ach warte mal ich muss hier ja ja moment moment ich sehe schon ich sehe schon let him cook let him moment ob das schon reicht so wir probieren es noch mal zack so kugel kommt und perfekt direkt im ersten anlauf aber da geht es natürlich noch weiter so was haben wir denn jetzt hier noch mal so eine rampe okay wieder ein schalter wieder eine platte okay ganz ehrlich das kann ich ja wieder sowas von zeiten zeit umkehr leute zeit umkehr ist es einfach zeit umkehr ist so gut dass wir jetzt noch nicht mehr Geil. So. Gewusst wie? Und ein stabiles Sonar im Schild. Was soll ich denn eigentlich damit? Brauche ich doch gar nicht. Also lasse ich den da. So. Okay, wo muss denn? Okay, das muss jetzt hier drüben hin. Warum ist, warum ist hier eine Leiter eigentlich? Was soll das bringen? Die Kugel kommt von da. Ich bin gespannt, ob das klappt und ob das auch hält oder ob das umkippt. Wenn die Kugel da drauf rollt, wird es wahrscheinlich eher umkippen, oder? Aber ich habe hier nichts zum fixieren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So. Oh, nee. Ernsthaft jetzt? So knapp hat es nicht geklappt. Warum nicht? Kann ich das ein Stück weiter nach vorne bewegen? So ein ganz kleines Ministück. Ohne dass das kippt. So. Nochmal. So, Kugel kommt, rollt und wieder nichts. Und das Ding ist hin. Okay, was zur Hölle? Wieso geht das nicht? Wir probieren es jetzt mal anders herum. Vielleicht hat es deswegen nicht funktioniert, weil das Ding zu kurz ist auf der Seite. Aber hält das überhaupt? Wenn ich jetzt hier sage verbinden. Nee. Wie soll denn das halten? Das kippt ja über. Die längere Seite ist ja schwerer als die kurze Seite. Wie soll denn das gehen? Das kannst du ja nur in eine Richtung bauen. Das Rampe. So, ich mache es einfach ein bisschen näher dran. Ohne... Nein! I hate this game. I fucking hate this game. Warum geht das nicht? Das geht nicht. Warum zur Hölle nochmal veröffentlicht das jetzt nicht? Ey! Bleib doch hier. Scheißteil. 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 So. Ich schwöre, wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann weiß ich nicht. So. Komm schon. Geh da rein jetzt. Es klappt einfach nicht. Wieso klappt das nicht? Muss das weiter zurück? Muss die Google schon früher springen? Muss das hier hin? Die wollen mich doch schon wieder verarschen. Mach mal was richtig, du Drecksspiel. Mit deiner scheiß Physics Engine, die kacke ist. Ne, auch nicht. Ey, was? Ich kann aber nicht mehr bauen als das. Mehr als das kann ich nicht bauen. Hier ist ja sonst nichts. Digga. So rum? Was? Wie soll denn das so rum funktionieren? Das ist doch auch Bullshit. Außerdem hält das ja gar nicht. So? Ja, es geht sich wieder mal ums Popolek nicht aus. Ich hasse solche Scheiß-Fisik-Rätsel. Na endlich! Deine Mutter, Nintendo! Heilige Scheiße! Na also! Drecks Game. Nein, ich mag diese Schreine immer noch nicht. Bin immer noch kein Fan von diesen Rätseln. Immer noch nicht. So. Beach. Siegenslicht ins Gesicht. Aber nächstes werden wir mal geheilt. So. Und ich gucke ja absichtlich nicht immer gleich in den Chat. Weil ich möchte schon ein bisschen überlegen. Ich möchte erst mal selber überlegen. Wenn ich dann wirklich merke, ich komme nicht drauf auf die Lösung, dann kann ich immer noch in den Twitch-Chat gucken. Aber vorher möchte ich es eigentlich gerne alleine schaffen. So. Gut. Der ist mitten hier auf dem Gongol-Hügel. Das ist eine Anschlung an Minish Cup, an den Gongol-Berg. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Um... Ich glaube hier irgendwo. Wo war denn das? Ich glaube hier hinten. Ich glaube hier... Hier geht es doch glaube ich rein. Ich glaube hier kommt man zu dieser Anlegestelle, oder? Oder hier? Ne. Ne. Ich glaube das ist hier, oder? Ich mag hier mal das mal mit einem hellblauen Licht. So. Das müsste doch eigentlich reichen, wenn ich von hier zu von dem Schrein dahin gehe. Aber... Was soll ich mal hier außen lang? Einmal hier so außen lang latschen. Ich glaube den Schrein habe ich letztens auch offscreen gefunden. Und ich habe den noch gar nicht gemacht mit euch. Den Q-George-U-Schrein. Gebe erstmal da hin. So. Ich glaube... Wenn ich den Hügel-Chill habe, dann gehen wir vielleicht schon zu den Zoraas. Ich habe irgendwie Bock auf den Wassertempel. Ich habe ja gesagt, den machen wir heute. Aber... Der eine oder andere Schrein... Der muss ja auch mal sein, nicht wahr? So auch rein da. Den habe ich glaube ich letztens auch offscreen entdeckt. Dass ich hier so ein bisschen rumgelaufen bin und Crocs gesucht habe. So. Wir haben aber jetzt genau 50 Schreine, ne? Wir haben schon 50 Schreine. Spiel mit dem Feuer. Okay. Okay. Ein Eisblock. Und Flammen. Ist da oben eine Truhe drauf? Das kann man wieder nicht sehen. Doch da ist eine Truhe drauf, oder? Oder nicht? Nee. Ist keine Truhe drauf. Nee, da ist keine Truhe. So, macht der Schalter einfach einen neuen Eisblock, oder? Oder muss ich den jetzt... Achso, nee, warte mal. Ich muss den Eisblock wahrscheinlich so schmelzen, dass der da reinpasst, aber der darf nicht zu klein werden, ne? Nur so ganz kurz. Bisschen so, dass der hier hineinpasst. Auf den Schalter drauf, so! Genau, richtig nachgedacht, sehr schön. So, und jetzt, äh, aha. Okay, what's going on here? Hier kommt ein Eisblock raus, der sofort wieder geschmolzen wird. Da haben wir eine Platte. Gibt's hier gar keine Schatztruhe? So. Hehehehehehe. So. Blöde Feuer! Blöde Feuer, du! So, warte mal. Muss ich den jetzt hier... ...sich den hier runterschicken? Rutscht er über die Stacheln? Yes! So. Okay. Okay, 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 okay. Da haben wir gleich noch einen. Ist jetzt die Frage, brauche ich einen oder brauche ich noch einen? Ich würde mal sagen, ich brauche nur einen. Aber wo brauche ich den jetzt? Fich... Ach so, Fich... Ach so, ja, guck mal. Ja, dann hätte ich doch den zweiten auch noch gebraucht. Na egal, gehen wir nochmal hoch, Moment. Jetzt habe ich wenigstens die Truhe entdeckt. Jetzt habe ich die Truhe gesehen. So. So kann das auch nicht funktionieren. So. So. Und was bekommen wir wieder für Schmutz? Eine Sonanium-Lanze. Das ist wirklich Schmutz. Warum sind das lauter Scheiß-Waffen? Ich habe schon viel, viel bessere Waffen als das. So, und wie genau... Kriege ich jetzt hier die Tür auf? Ist hier noch irgendwo ein Schalter? Warte mal, ist da oben vielleicht noch ein zweiter Schalter drauf und den muss ich drücken für die Tür? Wait a minute, let him cook. Ich guck jetzt noch nicht in den Chat. So, schön übereinander. Ach der Kaum, als ob ich den jetzt nicht noch da zusätzlich oben drauf machen kann. guck mal kurz. Nein, hier ist kein Schalter. Oh, nicht schmelzen. Mensch, da ist eine Kerze. Wie kriege ich denn jetzt diese Scheiß-Tür auf? Unter dem... Achso, soll ich jetzt hier die Platte von vorhin drauf machen? Okay, Moment. Da muss ich ja nochmal hoch. Das wird ein bisschen umständlich, der Schrein. Aber meinetwegen. So, guck mal hier. So, guck mal hier. So, und ab die Post. Oh toll, die rutscht da gar nicht. Wieso rutschen die jetzt nicht? Hä? Dein Ernst? Why? Why? Hier kommt kein Eiswürfel mehr. Hier kommt kein Eiswürfel mehr. Da kommt keiner mehr raus. Nee, erst zwei kann ich scheinbar nicht haben. Hm. Oh, komm, fick einfach dieses Spiel wieder mal. Das ist wieder der komplette Dreck. Des dreckigen Drecks. Als ob du das jetzt nicht grabben kannst von hier. Willst du mich eigentlich verarschen, Link? Mann, diese Scheißsteuerung von diesem Drecksspiel. Nein, ich möchte das greifen, du Nutzensohn. Ich möchte das greifen und ein bisschen Stück für Stück bewege ich das jetzt noch vor. Ist mir jetzt scheißegal. Mal. Es geht nicht anders. So. Jetzt nimm endlich diese scheißblöde Plattform. Also das ist ja schon wieder so ein Scheißschreien. Der dauert schon wieder viel zu lange. So. Jetzt fick dich. Toll, das bringt ja gar nichts. Okay, Moment. Dann machen wir das so. Ich klebe das hier oben drauf. Und jetzt. Na. Ey. Warum? Dieses Scheißspiel. Wieso geht das schon wieder nicht? Wahrscheinlich war ich nicht richtig drauf. Dieses dumme, dumme Scheißgame. Warum sind das immer solche Hurenrätsel? Das macht doch überhaupt keinen Spaß, dieser Drecksspiel wieder. Mach das doch einfach richtig da drauf, du Idiot. So, dass der Eisblock komplett abgedeckt ist. Ja, ein bisschen, bisschen mehr hier rüber. So. Verbinden. So komm, der ist jetzt komplett geschützt. Vor den Flammen. Der ist jetzt komplett safe. Wenn der jetzt auch schmilzt, ist das Game für seine eigene Physik zu dummen. So. Scheißspiel. Boah, ich hasse diese Rätsel. Das ist so unnötig. Für sowas spiele ich selten nicht. Das hat schon wieder unnötig lang gedauert jetzt. Das muss doch nicht sein. So. I fucking hate this game. Ich hasse es immer noch. Ich werde Tiersoft dagegen genommen, glaube ich, niemals so richtig mögen. Oh, wer pennt der da? Haben wir da Zeit, einen Hinux zu klatschen, oder? Jetzt haben wir so schöne Waffen. Der kann noch gerne mal erben gehen. So. So. Ehrlich gesagt, ich glaube für den Fettzeug reicht der Königsbogen auch. Der reicht, glaube ich, auch. Ansonsten. So. Komm. Aufstehen. So. Komm. Aufstehen. drauf. Hau doch mal da drauf. Voll Idiot. Mir hat es nicht wehgetan. So. Danke für den Aufwind. Denn jetzt gibt es in die Augen. Ins Auge. So. Und. Dead. So einfach geht's. So. Und der hat, glaube ich, schon wieder kein Herz gedroppt, der Scheiße, aber wenigstens ein paar Fußnägel. Viele Fußnägel sogar und ein Hinux Horn. So. Soldatenschwert. Naja, das ist alles. Naja, ich weiß nicht. Hinux Herzen haben schon aber auch eine geringe Drop Rate. Leider. Ist auch ein bisschen schade. Was? Ja, es ist ja da hinten rum. Was ist denn da los? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Und Schnauze. So. So. Hey. Was? So. Wo kommt der jetzt hier? Excuse me? Sir? Ich werde mal auf, um die Kutsche zu klauen. Frech. So. Alles gut? Ja. Nanu, wie geht's? Wie steht's reißender? Ja, so eine Fußmasch kommt wohl nie aus der Mode. Und mit Mode kenne ich mich aus. Du etwa auch? Sollst du vielleicht ebenfalls nach Ramdas Schatz? Schatz? Oh. Wie jetzt? Darüber weißt du nichts. Was sagt man denn dazu? Räuberkönig Ramda, eine wahre Legende aus früheren Zeiten, soll sich ungeheure reichte mit zusammengerafft haben. Dabei legte er einen ungebern edlen Modegeschmack an den Tag, so heißt es. Ja, er soll die schönsten Kleider auf der ganzen Welt gesammelt und überall hier in Hyrule versteckt haben. Wenn man so einem Gerücht auf die Spur kommt, muss man sich natürlich sofort auf die Suche machen, nicht wahr? Ja? Daher gibt's für mich und alle anderen Modekände des Landes nur eins. Ramdas Schatz finden und auf ewig glücklich sein. Nun, unser Treffen hier und heute ist sicher kein Zufall. Oh nein. Soll ich dir zufertigstes Anlass verraten, woran das Schatz den Gerüchten nach verborgen sein soll? Ja, raus mit der Sprache. Wusste ich's doch. Du hast, das heißt, dass du heiß darauf bist. Du, ähm, hast ja eine Landkarte dabei, hoffe ich, oder? Na klar. Bitteschön. Also, meinen Infos nach ist es so. Ein Kleidungsstück aus Ramdas Schatz, das stark und mächtig macht, befindet sich irgendwo hier. Ein Kleidungsstück aus Ramdas Schatz, das aus dir einen flinken Kletterer macht, befindet sich irgendwo hier. Soviel habe ich wenigstens von meinen modebegeisterten Bekannten gehört, die so wie ich durch die Lande ziehen. Und ganz ehrlich? Ich lebe zwar für Mode, aber dieser Ramdas Stil? Na, für mich zählt ganz allein der Sammler wert. Für wahre Recken wie dich, die mutig und verwegen durchs Land abenteuern, wären Ramdas Stücke sicher ein Segen. Achso, übrigens suchst du eventuell auch nach den großen Feen? Vielleicht sogar hier in der Gegend? Und erst am nächsten wäre die große Fee Mia. Genau. Ein Besuch lohnt sich, falls du zufällig vorbeiläust. Ich kann ganz sicher Wunderbares für dich tun. Oh, verzeih mir, du hast seit langem der erste, mit dem ich blauen konnte, habe ich ganz die Zeit vergessen. Aber jetzt mache ich mal wieder auf die Suche nach dem Schatz von Ram bei dem Räuber. Ciao und alles Gute. Okay, Sissimo. Vielen, vielen Dank für die Tipps. Okay, hier braucht ihr mal Hilfe. Die hat mir einfach jetzt zwei Orte auf der Karte markiert. Das schauen wir auch gleich mal dann vorbei. Ich glaube, der schafft den selber, oder? Der hat den selber gekillt. Alles gut. So. Okay, also das war jetzt nicht geplant, dass ich diese NPC-Dame hier treffe. Aber gut ist es gewesen. War sehr, sehr gut. Hier bei der Sorbo-Ebene. Immer noch die Marita-Ebene. Ich will hier noch so ein bisschen rumlaufen, ehrlich gesagt. So kann ich dieses Pferd eigentlich jetzt nehmen, oder? Geht das nicht, weil das mir gehört? So, warte mal ganz kurz. Schickmaske. Hier sind nämlich Glühwürmchen. Schleichwürmchen, genau. So. Kann ich hier aufsteigen? Der hat sogar... Warte mal! Das sehe ich ja jetzt. Da ist eine Schatztruhe drauf gewesen die ganze Zeit. Lol. Okay. Mit einem Opal, oder? Okay. Immerhin. Why not? So. Komm mal mit. Komm mal mit. Du hast eh grad keinen Reiter. Dann kommst du mal mit. So, die geht hier aber eh freiwillig zu Fuß. Ist okay. So, ich will hier noch so ein bisschen... Ich fahr mal hier so ein bisschen die Straße runter. Und schau mal, ob ich hier noch irgendwas entdecke. Ah, hier haben wir nochmal. Ah. Hm. Okay. Oh, dahinter ist schon wieder so ein... So ein Boss-Blind-Anführer. So ein Boss... Ist doch eigentlich Boss-Blind. So, muss ich mich beeilen. Oh, Link. Wir treffen uns erneut. Hast du schon da hin, was wir so von einer verbundenen Seite finden können? Irgendwas sagen, sie haben euch das rausgefunden bei der Suche. Das Ganze soll jetzt mit ihr reden. Ja, einen neuen Schlag vom Ritter hier. Soll sich aufhalten. Tschüss, Mann. So. Ohohoho. Na, Bombenpferde sind halt immer noch das allergeilste, oder? Komm, ja. So. So. Das war... Deine Schnauze, Mann, und du bist tot. So, lecker Fleisch. So, was machen wir jetzt hier? Die wollen auch stumpf machen. So, hau ab. Darf ja wohl echt nicht wahr sein. So, Bock bei den Hohen. Stachelbocksschild, das brauche ich eigentlich alles nicht. Schübststock auch nicht. Naja, die hatten jetzt nicht so krasse Sachen dabei. So. Ich könnte ja meine ganzen Garde-Waffen vielleicht auch mal mit irgendwas kombinieren. Hier zum Beispiel das Garde-Schwert. Mit. Ja, womit eigentlich? Was könnte ich denn hier dran machen? Vielleicht so ein schwarzes Bockblenhorn, hm? Das hat ja mein Synthese-Stecke 17. So, na bitte immer mit 39. Das ist gar nicht so schwach. So, hier haben wir noch ein paar Ruinen. Was ist das hier eigentlich? Hier kommen wir. Also, wenn sich jetzt hier nicht ein einziger Krok versteckt, ist sie einfach scuffed. Marita Umschlagplatz. Komm, hier muss es ja irgendwas geben. Hier muss irgendwas sein, Leute. Also, wenn das hier schon so ein... Auf der Karte ein extra eingetragener Ort ist. Oh, okay. Was machen die hier? They are back. They are back, Leute. Die sind back. Die Hände sind einfach back. Warte mal, dann nehme ich mal hier Miasma-Schutz und... Oh, das andere, das passt schon. Die blöde Scheißhände. Warum sind die denn jetzt schon wieder hier? Jetzt sag ich schon zum Gernon, kommt hier nochmal. Gibt's den mehrmals oder was? Oh, weiter, wo ist es gerade? Nee. Das ist kein Blutmond, aber... Hau ab! Haut doch mal ab jetzt hier, ihr komischen, ekelhaften Hände. Okay, die spawnen ein bisschen schnell nach. So. Achtung, er kommt wahrscheinlich... Ja, er ist... Er ist wieder back. Er ist wieder back. Oh, shit. Er ist wieder back. He is back. Okay, okay, warte, 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 warte. Jetzt habe ich kaum... Jetzt habe ich hier so ein... Jetzt habe ich mein Gardes-Schild am Start. Und meine krasseste Waffe ist immer noch das Ding hier. So, ich brauche irgendwas zum... Verteidigung-Boosten. Abwehr-Level 3. Snacken. Und jetzt komm her. So, ich kenne deine Tricks schon. Ich kenne deine Tricks. Nochmal lasse ich mich mit dir nicht besiegen. Aber krass, dass es den mehrmals im Spiel gibt. Den gibt es einfach mehrmals. Abgeblockt. So, in die Schnauze. Jetzt ist das Ding halt weg. Aber jetzt habe ich noch das hier. Oh, shit. Jetzt hat er mich erwischt. Macht nichts. Glückstreffer. Komm her. Wie kann man denn so... Okay, er hat sich verpisst. Wieso? Ist das, weil es hell ist? Habe ich es verkackt? Der hat sich einfach verpisst. Aber er hat wenigstens die Finsterklumpen gedroppt. Ist das, weil jetzt die Sonne aufgegangen ist? Ist er deswegen abgehauen? Oder war das so gewollt, dass der verschwindet? Sehr eigenartig. Verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht, was das soll. So. Oh, hier ist aber ein Brunnen. Brunnen am Ritterumschlagplatz. Ne, das hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, weil ich habe nicht damit gerechnet, hier nochmal auf ihn zu treffen. So. Aber es ist einfach, er ist einfach weg. Er ist einfach weg. Achso, ja, ich wäre... Habe ich wieder mal nicht daran gedacht. Ich hätte jetzt auch das Master Schwert nehmen können. Vielleicht hätte das gegen ihn sogar mehr gebracht, aber... Das war sicher nicht das letzte Mal, dass wir gegen den gekämpft haben. Das hat ja auch ohne funktioniert. Es irritiert mich halt, dass beim Master Schwert keine Angriffskraft steht hier. Da steht einfach nicht, wie stark das ist. So. Ist hier nicht ein Krok oder so? Kein Krok? Sind zwar ein Haufen Metallkisten. Aber es ist, ob sich hier nicht auch ein Krok irgendwo versteckt. Jetzt würde sich bei so einem großen Areal hier aber super anbieten. Wenn es hier irgendwo noch ein Krok gibt. Jetzt hat mich jetzt gerade ein bisschen... Ich sag mal so, das hat mich schon etwas... Überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, den hier nochmal wieder zu sehen. Gerade hier. Das ist an so einer random location. So, komm. Ich gucke jetzt mal auf diese interaktive Karte. Weil mich macht das wahnsinnig. Als ob hier kein Krok ist. Als ob es hier keinen Krok gibt. Aber scheinbar gibt es hier tatsächlich keinen. Laut Karte ist hier keiner. Na gut. Dann gehen wir in den Brunnen, Leute. Gehen wir in den... Gehen wir kurz in den Brunnen. So. Dadadadadada. Obwohl, das sieht jetzt auch ein bisschen komisch aus. Vielleicht lieber so. Rein da. Oh. Geht nicht. Was zur Hölle? Warum? Why is this? Warte mal. Hier mal kurz. Nein. Komm, du musst schon richtig da drauf springen. So, das ist das erste Mal, dass so ein Brunnen einfach mit Felsen verstopft ist. Okay, wen haben wir denn da? Wer bist du denn? 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 Vielen Dank.